Recklinghausen. Recklinghausen ist eine Stadt im Ruhrgebiet im Nordwesten des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist die einzige Großstadt und gleichzeitig Kreisstadt des bevölkerungsreichsten deutschen Landkreises, des Kreises Recklinghausen, im Regierungsbezirk Münster. Recklinghausen ist in der Landesplanung als Mittelzentrum ausgewiesen, Teil der Metropolregion Rhein-Ruhr und deutschlandweit für die alljährlichen Ruhrfestspiele bekannt. Um etwa 800 aus einem karolingischen Königshof entstanden und 1017 erstmals unter dem Namen Rikoldinschusson erwähnt, war die Stadt seit ca. 1180 Sitz- sowie politischer, kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt des Wests Recklinghausen, aus dem 1815 der preußische Kreis Recklinghausen hervorging. Untertitelung des ZDF, 2020